Tuga 76110 Felgenreiniger Dieser Felgenreiniger ist ausschließlich für den Einsatz auf lackierten Stahl- und Alufelgen konzipiert. Der Hersteller weist darauf ausdrücklich hin. Durch die Spezialisierung arbeitet der Reiniger besonders effektiv. Es handelt sich um ein Mittel, das intensiv reinigt und darüber hinaus mit einer Langzeitwirkung ausgestattet ist. Er entfernt mittlere, starke Verschmutzung, besonders eingebrannten Bremsstaub, der von den Belägen kommt und sie besonders fest in die Felge einbrennt. Mit der Sprühflasche wird der Reiniger auf die Felge verteilt und wirkt selbstständig, muss also hinterher nur mit Wasser abgespült werden. Da es sich hier um ein sehr starkes Mittel handelt, kann es gegenüber Metallen korrosiv wirken. Außerdem verursacht der Felgenreiniger bei Augenkontakt schwere Reizungen. Geliefert wird das Produkt wahlweise in einer Sprühflasche mit einem Liter oder einem Kanister mit fünf Litern Inhalt. Achte bei der Anwendung darauf, dass das Mittel nicht ins Grundwasser gelangt. Am besten führst du die Reinigungsarbeiten auf öffentlichen Waschplätzen durch.